Wir gehen jetzt mal in Jules rein. Auf das Video freue ich mich schon so ein bisschen, einfach nur weil es so lang ist, anderthalb Stunden. Ich gucke mir das jetzt an, das hat über eine Million Aufrufe. Es ist eine Stunde und 24 Minuten lang. Das Video heißt 32 Jahre Blizzard Entertainment. Wir gucken mal rein. Warum kostet dieser digitale Kühlschrank 7 Euro? Warum schwebt diese Ziege in der Luft? Ein alles konsumierendes Schwarzes etwas greift mich an. Ein 3 Stunden Video über die Glitches von Fallout 76. Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed und noch ein Assassin's Creed. Konami bringt ein Spiel raus, was nur aus einer Slot Machine besteht. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Was habt ihr mit Mickey Maus gemacht? Ich habe Pokémon auf jeden Fall anders in Erinnerung. 40 Stunden Kisten durch die Welt tragen Simulator. Werbung in einem Spiel, für das ich 60 Euro bezahlt habe. Spielcrash, Error, Glitch, Spielcrash, Error CE 34878. Und jetzt geht mein ganzer PC nicht mehr. Was macht meine Nintendo Switch für Geräusche? Lootboxen, 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 Lootboxen. Schlechtere Grafik als Spiele von vor zwei Jahrzehnten. Statement 1, Statement 2, Statement 3. Es tut uns so sehr leid. Entschuldigung vom Herzen. Wir haben uns verkalkuliert. Es tut uns so leid. We're sorry. 16 times. Ganze Listen von versprochenen Features, die am Ende doch nicht im Spiel gelandet sind. Game wird dreimal verschoben und kommt trotzdem Trash raus. Dasselbe F***ing FIFA. Jedes Jahr aufs Neue. Wer kauft dieses Spiel? Ey, ganz ehrlich, unser Gollum Placement war gut. Sagt nichts gegen Gollum. Also gesagt was gegen Gollum, aber nicht gegen das Placement. Das war super. Es ist wirklich keine schöne Zeit, um ein Gamer zu sein. Und unter all diesem ganzen Müll von versprochenen Features, Pay2Win-Spielen und halbherzigen Releases gibt es eine Firma, die das Ganze über die letzten 30 Jahre auf die Spitze getrieben hat. Bleibt ein Weilchen. Macht es euch gemütlich. Und hört dieser Geschichte zu. Das Jahr ist 1991. Ich war noch nicht im Leben und drei College-Typen entschieden sich dazu, eine Firma mit dem Namen Silicon & Synapse zu gründen, um Spiele zu entwickeln. Was ein schrecklicher Name für eine Firma. Zwei Jahre später. Ihr erstes Spiel kommt raus. The Lost Vikings. Willkommen zurück zu Let's Play Lost Vikings. Dieser Wikinger kann sein Schild als Kopfbedeckung tragen. Hier sind die Wikinger im Weltall. Hier sind die Wikinger in Ägypten. Und hier haben die Wikinger eine Band gegründet. Dann merkten die drei College-Typen selber, dass ihr Name ziemlich kacke ist. Und benannten sich um in Chaos Studios. Oh, der Name ist bereits belegt. Und oh, wir werden dafür verklagt. Oh no. Dann lasst uns einfach im Wörterbuch jedes einzelne Wort abgehen und stoppen, wenn wir ein Wort finden, was super cool klingt. Oh mein Gott. Ja, tatsächlich genau so entstanden. Blizzard ist so entstanden? Blizzard Entertainment. Durch die mittlerweile paar mehr Leute im Team können wir nicht nur ein Foto machen, wo Sam eine helle Bade in der Hand hat, sondern auch einige Zeit später das Spiel Warcraft Orcs & Humans rausbringen. Mit einem damals noch sehr revolutionären Multiplayer. Das Spiel ist ganz schön gut. Wir haben jetzt auch deutlich mehr Geld und irgendwelche Leute in Anzügen wollen uns finanzieren. Und deshalb machen wir noch einen Teil. Und so kam ein Jahr später Warcraft 2 raus. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Alles sieht jetzt ein bisschen schöner aus. Das Spiel macht deutlich mehr Spaß. Es gibt mehr Truppen und unfassbare 8K CGI Cinematics. Durch dieses Spiel haben wir plötzlich noch mehr Geld, können uns endlich mehr Schreibtische leisten und müssen nicht mehr auf dem Boden sitzen. Und deshalb entscheiden wir uns dazu, ein kleines Entwicklerstudio aufzukaufen und das Spiel Diablo 1 zu produzieren. Good luck. Diablo sauce. Taco Bell. Ein Dungeon Crawler, bei dem man am Ende in der Hölle Diablo töten muss und sich auf dem Weg dahin durch zahlreiche Level schlagen darf. War das nicht Blizzard North? Haben die das nicht umbenannt, bevor die den... Haben die Condor nicht umbenannt? Oder hießen die danach dann Blizzard North? The portal from hell to our town? Ähm... Es wurde nicht nur zum meistverkauften Spiel des Jahres, sondern wurde auch in zahlreichen Magazinen gefeatured. Vorräte Einkauf, Foren abnehmen und Diablo geließe. Und in irgendeinem Forum, irgendwo tief im Internet, kam jemand auf eine Idee. In der Nähe einer Stadt in Diablo stehen oft ein paar Kühe rum, die anscheinend komplett nutzlos sind. Es wäre doch ziemlich lustig, wenn jemand das Gerücht verbreiten würde, dass man durch das richtige Anklicken der Kühe in ein geheimes und exklusives Kuhlevel kommt. Why don't you... What? You back it up with a source. My source is that I made it the f*** up. Und so gingen den Foren auf einmal zahlreiche Fake-Screenshots über das besagte Level rum. Ich hab gehört, die Kühe droppen die seltensten Items aus dem Spiel. Und neben einer Vielzahl an sehr wütenden Forum-Nutzern, die teilweise Stunden damit verbrachten, vergeblich irgendwelche Kühe anzuklicken, Welche von den drei Kühen ist das? Hat dieser trollende User vor allem eines, und zwar einen Mythos losgetreten. Nice, ich hab es gerade gefunden. Ich hab gehört, es gibt auch ein Hühnchen-Level. Doch erstmal erblickte ein ganz anderer Titel das Tageslicht. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all seiner Pracht. Verdammt. Wurde aber auch Zeit. Ah, StarCraft, Alter. StarCraft 1. Ich würde ja jetzt sowas sagen wie, man kann mit coolen Klassen seine Base bauen und mächtige Truppen herstellen. Doch eigentlich geht es in diesem Spiel nur darum, wer am schnellsten wie 5000 Hotkeys aus seiner Tastatur benutzen kann. ARD Text im Auftrag von Funk Und dann ist... ...zwei Jahre später Diablo 2. Mehr Features, mehr spooky Skelette. Und wenn man nach dem Ende des Spiels ein paar bestimmte Schritte befolgt, öffnet sich ein Portal zu der sogenannten MoMo Farm, in der man auf einmal riesige Kühe mit Hellebaden bekämpfen musste. Das Editing ist wieder so krass. Alter Schwede. Hier ist... Es ist sechs... Ich bin sechs Minuten drin und ich denk mir nur so, what the f*** is happening, Bro. Folge von Diablo 2 gab es Jahre später dann auch ein Q-Level. Nur mit bunten Farben, riesigen Teddys und Einhörnern. Und im heutigen Diablo 4 suchen die Spieler immer noch sehr vergeblich. Seit... ähm... Wochen nach dem Level. Das geheime Q-Level sind die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Und auch andere Spiele, die überhaupt nichts mit Blizzard zu tun hatten, führen den berühmten Mythos weiter mit ihrer ganz eigenen Version vom Q-Level. Das ist wie das geheime Q-Level. Und das alles nur wegen einem einzigen Spieler mit viel Fantasie und dem Drang zu treuen. Und so ist das Spiel für viele Menschen auch heute noch eines der am besten produziertesten Action-RPGs, die jemals auf den Markt kamen. Und all dieser Erfolg sollte ein paar Jahre später seinen absoluten Höhepunkt erreichen mit dem Release von World of Warcraft. Warte mal, haben wir Warcraft 3 übersprungen? Er sch**t sich selbst. Ich habe einfach meinen Bruder's World of Warcraft-Akont und er ist f*****t. Der Welt... ...of Warcraft. Bl... What the f**k? Blizzard ist mittlerweile eine millionenschwere Firma. Die drei College-Nerds von damals, sind jetzt immer noch Nerds, haben dafür ein paar Millionen auf dem Konto. Jeder kennt die Spiele von Blizzard. Und die Leute waren dementsprechend sehr hyped auf den neuen Titel. World of Warcraft, Baby! Yeah! Ich hasse World of Warcraft. World of Warcraft hat damals meinen, hat damals unseren, äh, Enemy-Territory-Clan kaputt gemacht, weil alle auf einmal World of Warcraft gespielt haben und keinmal kam er zum Training. Super lame, Bro. You're so close together. My Nipples are all hard. Platz vorne am Kopf, ist halt geblutet. Die Jacke ist voll geblutet. Die, die Splitter liegen hier am Boden. Die Tür ist geplatzt. World of Warcraft. Ein Spiel, in dem jeder seinen eigenen Charakter erstellen kann und sich dann vor die Aufgaben der riesigen Abenteuerwelt stellen muss. Ich bin Mr. T und das ist mein Nachtelf Erokesel. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt zu sagen, dass ich nie wirklich World of Warcraft gespielt habe. Und ich es nie spielen werde. Also wir haben einmal die berühmte World of Warcraft Trauerfeier, bei der ein Forum-User ankündigte, einen anderen Ingame-Spieler mit einer Bestattung zu ehren und vorher darum bat, dass doch bitte niemand die Zeremonie unterbrechen sollte. Was ein schöner Tag für eine Zeremonie. Das kann man wohl sagen. Ah ja, das kenne ich auch. Die berühmte South Park Episode, in der sich die vier Jungs mit einem Ultra-WOW-No-Life herumschlagen mussten. Mom! Schürzel! Das nenne ich einen großen Jungen. Welcher sich übrigens auch wunderbar cosplayen lässt. Ja. Halt. Den Fakt. Dass 99% der Medien WoW als das Spiel abstempelten, welches sich innerhalb von 0,3 Sekunden zum Massenmörder, heroinabhängigen oder zum ultimativen Neckbeard, der an einem Ort lebt, der schlimmer als Mordor aussieht, transformiert. Alexander Opal ist einer von denen, die übertreiben. Er spielt rund drei Stunden am Tag. Drei Stunden. Drei Stunden am Tag. Einer, der übertreibt. Amateur, Alter. Am Tag. Es gibt viele Internetspiele, die süchtig machen, aber nur eines, das dein Leben zerstört. League of Legends. Und der norwegische zwölf Jahre alte Hans-Jürgen Olsen, der bei einem Waldspaziergang mit seiner Schwester einem Elch begegnete und nur durch seine World of Warcraft Erfahrung als Level 30 Jäger wusste, dass man sich auf den Boden totstellen muss, um die Aufmerksamkeit vom Elch zu verlieren. O kurva. 2005. Bruder, Elche sind f***ing gefährlich. Elche sind so f***ing gefährlich. ...kam dann außerdem über den Patch 1.7 ein neuer Raid raus. Teams von 20 Leuten konnten sich durch den Dungeon schlagen, um am Ende den Endboss Haka zu besiegen. Lauft! Er ist zu stark! Und dieser Boss verteilte einen Debuff namens Corrupted Blood. Ah, die erste Infektionskrankheit in einem Videospiel. Art Seuche, die Schaden macht und jeden Spieler im Bossraum treffen konnte. Oh, das war krass. Also ich muss sagen, dafür, dass ich nie World of Warcraft gespielt habe, kenn ich doch schon einige Fakten. Außerdem konnte man andere Spieler, die in deiner Nähe standen, mit dem Buff anstecken. Diese Seuche wirkte jedoch nur innerhalb des Raids und nicht in der Außenwelt. Nun, man besiegt den Boss einfach und alles ist gut. Was die in Wedler jedoch nicht bedacht haben, ist, dass die Tiere von Spielern auch die Seuche bekamen. Und diese konnten die Spieler sehr wohl mit in die Außenwelt nehmen. Dann beginnt es also. Und ja, genau das ist passiert. Und so wurde Patient Null geboren. Der unwissende Spieler hat natürlich sofort andere Leute in der Stadt angesteckt. Und innerhalb kurzer Zeit wurden von Level 1 bis Level 60 Charaktere alle möglichen Menschen von der Seuche betroffen. Warum sind die Leute am Stern? Das Ende ist nahe. Wir sind die Außerwelt. Und so ist die erste von einem tödlichen Virus infizierte Stadt von World of Warcraft Stück für Stück vor sich hingerafft. Erst gab es die Leute, die wildtürlich durch die Gegend liefen und andere Spieler ansteckten. Bleib weg von mir! Dann gab es die Menschen, die versucht haben, die Pandemie strategisch zu stoppen. Bleib weg von allen anderen! Viele sind einfach geflohen und haben in einer leeren Ecke der Karte gewartet, bis der ganze Spuk vorbei war. Also hier sieht es doch schon viel besser aus. Und ein paar Leute haben angefangen absichtlich andere Spieler anzustecken nach dem Motto Wenn ich sterbe, dann gehst du halt mit mir drauf. Gib frei! Das Super X! Verbreitet es auf Leute! Auf dem Dach! Hahahaha! Ein paar Healer What the f- haben sich daraufhin versammelt und versucht andere zu heilen und als Ärzte zu agieren. Doch trotz aller Mühen starteten sich innerhalb der ersten paar Stunden zahlreiche Leichen und Knochenhaufen von Spielern in den Städten. Fast die Hälfte der ganzen World of Warcraft Map war mittlerweile betroffen von einer jeden mit den den Tod reißenden und nervigen Seuche. A computer game is providing us with a remarkable virtual view of what could happen if a real epidemic erupted across the globe. What could happen? Die Anzahl Das Ding ist, das ist wirklich als wissenschaftliche, das ist wissenschaftlich aufgearbeitet worden. Also das hat Informationen geliefert dazu, wie das mit Infektionskrankheiten so ablief und dann kam 2020. Der Toten wuchs immer mehr und Leute fingen an sich in den Foren zu beschweren. Jede in World of Warcraft hatte Pets. Außerdem wurden NPCs angesteckt, die zwar nicht sterben konnten, dafür aber andere Spiele ansteckten. Infizieren, ja. Ach komm schon Bruder. Die Städte gelichen einer Art leerer und ausgestorbener Geisterstadt. Bringt eure Toten raus! Bringt eure Toten raus! Und dann kam ein Patch und alles war wieder gut. Später nutzten einige Soziologen und Forscher dann die Daten aus der WoW-Pandemie, um soziologisches Massenverhalten und generell Pandemieverhalten zu erforschen. Wie hat sich Ork 1 verhalten, als der mit dem Virus infizierte Jäger schreiend auf den Ork zulief. Und dann gibt es noch dieses Video hier. Leroy, 24 Jahre alt, ist in Real Life Elektrotechniker. Hat damals eine WoW-Gilde namens Ports4Life mit seinen Kumpels gegründet. Die war aber ziemlich klein und brauchte mehr Member für einen Raid. Und so dachte man sich, komm wir erstellen ein unfassbar lustiges und überzeugendes Gilden-Werbevideo. Die Leute werden dann schon joinen. Ja, es ist gestaged. Und die Views explodierten. Leroy Jenkins wurde zu einem Star. Und doch jeder Mensch, der einmal zu einer Internet-Sensation wurde, merkt, dass ein Meme zu sein auch eine Schattenseite mit sich bringt. Leute haben plötzlich angefangen, durch den ganzen Server zu verfolgen. Hallo Leroy, was geht ab? Er kriegte Non-Stop-Nachrichten wie Oh mein Gott, bist du der echte? Oder Oh mein Gott, dein Video ist so lustig. Aber auch solche Nachrichten. Kill yourself, kill yourself, kill yourself, kill yourself. Man konnte damals auch noch keine Server switchen. Heißt also, die Welt, in der er sich befand, war andauernd voll, weil alle Oh no. Leroy kennenlernen wollten. Was? Was? Jacksonville. Blizzard hat das mitbekommen und wollte natürlich so schnell es geht irgendwie Geld mit dem Hype machen. Doch damit Leroy auch ein Stück vom Kuchen abbekam, wurde er zu Events eingeladen, um dort Oh boy, seinen Schrei zu präsentieren. Oh mein Gott, ist das cringe. Oh Gott, ich krieg richtig Gänsehaut. Und dann ist das Meme fürs Erste ausgestorben und Leeroy ging wieder seiner Tätigkeit als Ingenieur nach. Und er wurde über die Jahre Stück für Stück in zahlreichen Serien und Filmen gefeatured. Echt? Du bist ein Idiot. In dieser Folge sind viele Internet Witze. Außerdem wurde in derselben Zeit die erste Blizzcon ins Leben gerufen. Eine Convention für alle möglichen Blizzard Spiele. Wo große Neuerungen angekündigt werden, Leute verschiedener Charaktere cosplayen. Und zeitgleich der einzige Ort, bei dem es passieren kann, dass du beim Pinkeln neben Reaper aus Overwatch und einem Org aus World of Warcraft stehst. Außerdem gibt es jährlich für jeden Anwesenden auf der Blizzcon die Möglichkeit den Entwicklern eine Frage zu stellen. Und einer dieser Leute, der sogenannte Red Shirt Guy aus 2010, der mit vollem Selbstbewusstsein die Developer vor allen Menschen auf der Messe auf eine Inkonsistenz in der World of Warcraft Lore hinwies. Besagter Red Shirt Guy wurde ziemlich beliebt und sollte die nächsten Jahre jedes Mal aufs Neue vortreten, um die Entwickler zu roasten. Über die nächsten Jahre wurden dann noch mehr Expansions rausgebracht. Und mit wirklich jeder einzelnen ist die Beliebtheit gesunken. Und Leute kamen auf die Idee, ihre eigenen privaten Server zu hosten. Und die Interesse nach so etwas war schon seit Jahren extrem riesig und Leute fragten regelmäßig die Entwickler nach einem Weg, um wieder WoW Classic spielen zu können. Haben Sie native Aoante gesehen, die Ich frage steril, denn die sind nicht zu carts �ologisch. Sie denken, dass Sie die tun machen. Sie denken, dass Sie die tun machen. Sie denken, dass Sie die tun machen. Sie denken, dass Sie die tun. feed we Voorhe冇 Taugender yang Wenn ihr jemals im Besitz einer millionenschweren Videospielfirma seid, schreibt niemals euer Community vor, was sie wollen und was nicht. Nun, GoodGuyBlizzard sah, dass so viele Leute auf privaten Servern spielten und nicht für ein WoW-Abo bezahlten. Und so entschieden sie sich dazu, die Serverbesitzer zu verklagen. Oh mein Gott. Server mussten runtergenommen werden. Und Gamer machten natürlich das, was alle in dieser Situation tun würden. Und zwar wurde sich kurz vorm Shutdown gemeinsam auf dem Server getroffen. Und daraufhin ein riesiger XXL-Trauermarsch quer durch den ganzen Server veranstaltet, um dann gemeinsam mit allen Leuten eine f***ing Klippe runterzuspringen. Cue Blizzard. Blizzard chose Greed. Buck Blizzard. You think you do, but you don't. Ich glaube diese Server, ich weiß nicht, ob die mit Classic zurückgekommen sind, aber das war krass, das habe ich sogar auch gemerkt. Dass sie diese Self, die waren ja riesig, diese Server. Die waren ja wirklich gigantisch. Blizzard sah dieses Video mit all den potenziellen Kunden und hat sich natürlich vor lauter Freude die Hände gerieben. Merkte außerdem, wie die Zahlen der neuen Expansions immer weiter sanken. Man konnte sich auf einmal bis Level 120 hochkaufen. Bruder, was zum... Und irgendwie hat sich das Spiel nicht mehr wie die alte Heimat von damals angefühlt. Yo. What the hell. Und so schafften sie es nach Jahren, endlich ein paar Zeilen im Code zu verändern und ein paar Knöpfe zu drücken, damit dann 2019 World of Warcraft Classic eingeführt werden konnte. You think that you want this? And I think maybe that you do. Jack Norris ist ein Jäger. Doch gehen wir wieder zurück zum Jahr 2008. The O.W. ist jetzt schon seit ein paar Jahren draußen. Die Zahlen sehen super aus, doch der Lamborghini scheint ihnen nicht zu reichen. Blizzard Entertainment. Merch mit dem Videospielgiganten Activision. Okay, also die ganze Geschichte rund um Condor oder Comndor und Blizzard North und Diablo und so, das könnt ihr separat nachgucken. Da gibt es auch ausführliche Dokumentationen, wie das alles ablief und so weiter. Ihr wisst schon, die Leute, die heute Call of Duty in den Abgrund treiben und ein ganzes Euro für einen roten Punkt auf dem Visier verlangen. Doch erstmal gibt es Werbung. War Thunder ist das umfangreichste Fahrzeugkampfspiel, was jemals auf den Markt kam. Hallo, ich hätte gerne acht Bananen und War Thunder zum Mitnehmen. Du kannst einen Buschpanzer spielen und von weiter Distanz schießen. Wow, fünf schwarze Panzer gegen mich? Ich glaube, ich habe die falsche Version runtergeladen. Oder im Nachkampf die gegnerischen Panzer alle nacheinander auslöschen. Meine Strategie ist es, ausschließlich meine eigenen Teammates zu töten. Es hat einen Tag gedauert und ich bin auf allen Servern Lifetime fürs Griefen gebannt. Ich bin einfach nur froh, dass ich kein fucking VPN-Placement sehe. I'm a simple man. Ich spiele mehr als 2000 Fahrzeuge, zahlreiche coole Panzer, Flugzeuge und Jets. Oh, und es gibt sogar Helikopter. Mein Name ist Optimus Prime. Klinge ich vielleicht ein bisschen anders? Das liegt daran, dass ich auf dem Weg bin, mich in die Luft zu sprennen. Coole Sticker, die man auf seine Panzer packen kann. Wer von euch traut sich, auf meinen Waifu-Panzer zu schießen? Thomas, die Lokomotive. Creeper? Oh, man. Would you still love me if I was a tank? Nein, außer du bist ein Crusader MK2-Tank, aber dafür müsstest du dir War Thunder runterladen. Es ist komplett umsonst und man kann es auf allen möglichen Plattformen wie PC, Xbox, Playstation oder einem Schwangerschafts-Testand und durch meinen Download-Link ganz viele exklusive coole Vorteile erhalten. Deutsch für die Neoskunft. Es gibt ein Damage-X-Ray-System, was das bedeutet, ich habe absolut keine Ahnung. Die Fahrzeuge sind alle extrem historisch akkurat und wurden früher genauso genutzt wie im Spiel dargestellt. Werbung. Ende. Also wir haben 2008. Blizzard ist jetzt Blizzard Activision und der neue CEO der Firma wird ein Mann mit dem Namen Bobby Kotick. Legenden besagen, dass wenn man böser Business-Mensch im Anzug googelt, dass dann nur Bilder von diesem Gesicht erscheinen. Dieses schmierige Prinzen widert mich jetzt schon an. Ich hätte den gerne als Endgegner im nächsten Wolfenstein. Seine ersten veröffentlichten Worte, nachdem er die Firma übernahm, waren Wir müssen den Spaß daraus nehmen, Spiele zu produzieren und Gaming ertragreicher machen. Hat 2006 außerdem seine Assistentin eine nette Nachricht auf den Anrufbeantworter gesprochen. Hey Jessica, kannst du mir einen Kaffee machen? Ah ja, und ich lasse dich morgen umbringen. Typisch Bobby mal wieder. Außerdem möchte man jetzt die viel zu toxische World of Warcraft Community unter Blizzard Activision's Leitung erziehen und ihnen gutes Benehmen beibringen. Und das hier kriegst du dafür, dass du Trottel geschieben hast. Ab sofort sollte neben jedem Namen im Blizzard Forum zusätzlich der vollständige Real-Life-Name Bitte was? Daneben ange... Bitte was? ...zeigt werden unter dem Vorwand, die Community auf einem Weg zu connecten wie noch niemals zuvor. Ja, ihr hört richtig. Die Nutzerin SexyPrizeGirl5 hatte plötzlich neben ihrem Profil den Namen Rolf Meier stehen. Und auf diese Weise sollte die Community weniger toxisch werden. Hast du auch geschrieben, sie ab sofort in ihre Bescheiden er... Ja, vor einer Weile. Ich kann's kaum erwarten, bösen Genf Obama in Forum zu treffen. Ein Blizzard-Mitarbeiter hat die daraus resultierende wütende Meute überhaupt nicht verstanden und postet im Forum seinen echten Vor- und Nachnamen. Hey Leute, ist doch gar kein Problem. Es ist doch nur ein Name. Als... Oh nein. Oh nein. Erstes wurde seine Adresse gelegt, dann seine Telefonnummer, dann sein Facebook-Profil. Oh, und anscheinend wohnt der Mitarbeiter mit 28 noch bei seiner Mutter. Hey, Michael, ich stehe vor deinem Haus. Ein Tag hat es gedauert und das Feature war wieder weg. Oh mein Gott, Bro. Im gleichen Jahr wurde dann offensichtlich profitorientiert ein gewisser Folgetitel angekündigt. Diablo 3. Die ganze vier volle Jahre sollte es dauern, bis das Spiel endlich das Tageslicht erblicken konnte. Und der Hype war immens. Wenn man das Spiel statistisch mit anderen Titeln vergleicht, sieht man bei Diablo Suchanfragen einen klitzekleinen Hügel. Die Leute waren bereit. Und das zeichnen sie auch. Memes über alle Plattformen verteilt, die darstellten, wie sehr man sein Real Life vernachlässigen wird, sobald Diablo 3 rauskommt. I got everything I need here, I got Pringles and I got Pringles and I got Pringles next to your keyboard, in case I have to smash a couple. You and this one. Als Boogie noch cool war. One hand. Everything here I can eat with one hand. 15. Mai 2012. Die Server gingen live. Und eine riesige Horde an mit Energydosen bewaffneten Menschen versuchte sich gleichzeitig nach vier Jahren endlich in das Spiel einzuloggen. Und zwar versuchten es so viele, dass die Server bis zum Anreiz überlastet wurden, was wiederum dafür sorgte, dass sich kein einziger Spieler mehr einloggen konnte und die gehypten Fans nur ein Pop-Up Fenster mit dem berüchtigten Error 37 zu Gesicht bekamen. Execute Error 37. Error 37. Nobody's playing Diablo 3. Error 37. Shit, this is bull. I pay money, cash, money, dollars, money, cash, money. Hört auf, euch einzuloggen, damit ich mich einloggen kann. 37. What the fuck are the others 36? Hat jemand von euch Error 3006? Und falls du nur für dich alleine die Singleplayer-Kampagne genießen wolltest, musstest du dich trotzdem einloggen. Oh Gott, Alter. Und brauchtest im Jahr 2012 einen dauerhaften Internetzugang. Because fuck you. Bobby Kotick, äh, fuck you. Klassische 2012er Oldschool-Memes wurden verzweifelt über jegliche sozialen Netzwerke gepostet, um irgendwie den Schmerz zu unterdrücken, jetzt gerade nicht Diablo 3 spielen zu können. Oh man. Und irgendwann legte sich der Sturm und die Server funktionierten wieder. This game is so much fun. Mit einem späteren Update wurde durch Bobby Kotick dann ein Auktionshaus eingeführt. Oh mein Gott, das Auktionshaus, Bro. Indem man im Game... Oh mein Gott, das fucking Auktionshaus. ...Items und seltenen Boss-Loot für Echtgeld kaufen konnte. Das war krass. Oh man, ich habe erst seit drei Stunden das Spiel und habe jetzt schon alle seltenen Items im Game. Warum auch immer man so ein System in einem Spiel einführt, bei dem es primär darum geht, Items zu sammeln. Es gab teilweise Spieler, die beruflich davon lebten, seltene Äxte für beispielsweise 7500 Euro in Diablo zu verkaufen. I am working on my investment portfolio of magical swords. Hey, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Oh, und du willst außerdem Diablo 3 für die Switch gewinnen? Lad einfach ein Foto hoch, wie du Diablo 3 auf der Switch spielst und gewinne Diablo 3 für die Switch. What? Heilig's Blech, blöch! Und dann kam 2014. Wir gewinnen 7-1 gegen Brasilien. Ah, was ist doch mal so gut, Alter! Und zeitgleich kommt Hearthstone raus. Ein digitales Kartenspiel. Hearthstone. Hearthstone war super, Mann. Hearthstone hat mir Leute gezeigt wie Creeperion. Und Raynet. Das war toll. Und Forcen. Hearthstone war krass. Ist ein Spiel, was absolut nicht Pay-to-win ist. 50 Dollar für 3 Karten. Ein Spiel, welches extrem schwer zu meistern ist und zahlreiche strategische Taktiken benötigt. Victory requires Strategy. Der chinesische Kriegsmeister Sun Tzu schrieb einmal in seinem Buch die Kunst des Krieges die Worte Nimm die Klasse Jäger bei Hearthstone und greif immer Face. Immer auf Face, ja. Anders hassen die Gegner. Forscher haben... Oh, das war so gut, Alter. Face Hunter. Oh, Gott. Einfach die ganze Zeit auf Face gehen. Herausgefunden, dass das Öffnen der Hearthstone-Packs kein bisschen Dopamin in dem menschlichen Körper auslöst. Ich bin nicht der glücklichste Mensch im Universum. Was? Was? Was ist los, Alter? Idiot! Falls mal eine Karte zu stark ist, braucht Blizzard nur 3 ganze Jahre, um eine einzige Zahl im Code zu verändern. Und die Beliebtheit dieses Spiels ist außerdem über die letzten Jahre durch die immer besser werdenden Patches von Blizzard enorm in die Höhe geschossen. Aber Battlegrounds ist auch cool gewesen. Also Hearthstone Battlegrounds, was dann halt so ein Auto-Battler wurde, hm? What is wrong with this f***ing company, man? Im Jahr darauf kam dann Heroes of the Storm. Für Bobby Kotick eine super Idee, um endlich mit den großen Schlachtschiffen wie Dota und League of Legends mithalten zu können. For Heroes of the Storm. Ich kann euch zwar überhaupt nicht sagen, was in diesem Match hier gerade passiert, aber ich kann euch sagen, dass Blizzard 2018 einfach mal so über Nacht ankündigte, dass das Entwicklerteam vom Spiel drastisch gekappt wird und die E-Sport-Szene nicht mehr unterstützt werden würde und beendete somit zahlreiche Karrieren von Kommentatoren, E-Sportland und YouTube-Channeln einfach über Nacht. What the f***? Echt? Ich habe eigentlich immer gehört, wenn ich Heroes of the Storm höre, dass das das bessere oder zumindest nicht so ein itemlastiges League of Legends war. Und das ein paar Tage, kurz vor Weihnachten. Well, I didn't sleep too good last night. Also sehr, ein bisschen casualiger, aber sollte das, also... My whole life is built around this game, I'm so f***ing tilted about it. Some great news... Holy s***, Alter, for real? Die haben das einfach... Warte, was? Sportland und YouTube-Channeln einfach über Nacht. Und das ein paar Tage, kurz vor Weihnachten. What? Well, I didn't sleep too good last night. Oh, Megalow, my whole life is built around this game, I'm so f***ing tilted about it. Some great news to share with you guys, not with the Blizzard fans though, hehehe. Ich bin jetzt Vollzeit-Leak-Streamer, frohe Weihnachten, arbeitslos, by the way. Oh, Megalow. Oh, my God, Alter. What the f*** did they do, Alter? F*** you. Hau, 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 nub a f***er. Laut wirklich seriösen Quellen, ich hab's mir ausgedacht, habe ich übrigens erfahren, dass das dadurch verfügbare Geld in die 413. Luxusjacht von Bobby Kotick geflossen ist. I'm gonna show you how to make a Bobby Kotick costume for Halloween. I don't care what you think. I love money, eh. Wir haben mittlerweile 2016. Blizzard hatte bis dahin ein paar nervige Aktionen und Fauxpas, ist aber dennoch relativ beliebt bei den Spielern. Und sie wollten sich den Hype von damals zurückholen. I want you to open your hearts and your minds to... Oh nein. Oh nein. What comes next? 2016 war das Jahr, in dem Overwatch... Ah doch, nee, ich dachte, oh Gott, ich dachte, jetzt kommt der Mobile-S***. Jetzt kommt Overwatch. ...wie eine Bombe in der Gaming-Welt einschlagen soll. Und Overwatch ist bis heute ein erfolgreiches Spiel, besonders mit seinem zweiten Teil. Overwatch is an incredible achievement, another seminal release from developer Blizzard. Game of the Year, Overwatch. Overwatch. Overwatch hat aber jeder gottlos gespielt am Anfang, Alter. Overwatch war am Anfang wirklich gottlos viel drinne. Da war sogar ich drinne, Alter. Beide Teams bestehen aus sechs Charakteren. Die Rollen können selber aufgeteilt werden, wobei es am Ende der Runde immer fünf DPS gibt und einen Tank, weil keiner Lust hat, den Healer zu spielen. Das Spiel ist auch einfach besser geworden mit dem ganzen PvE-Content. Overwatch kommt mit einer Vielzahl an durchdachten und einzigartigen Helden, die man spielen kann. Genji, ein unfassbar krasser Ninja mit Samurai-Schwert, der aber in 99% der Fälle von irgendwelchen Elfjährigen gespielt wird, die denken, sie könnten das ganze Team von alleine carryen. Es ist der eine Typ, den es in jedem Spiel gibt. In League of Legends ist es Yasuo, in Valorant Jet und in Team Fortress der Scout. Dann gibt es noch Mei oder auch das letzte, was du siehst, bevor du vier Stunden lang eingefroren wirst und irgendeiner der riesigen Tanks dich danach in die Grenzen der Galaxie befördert. Dieser Charakter ist eine Fusion aus Gandhi und einem Roboter und hat unfassbar dicke Balls. Bastion ist nur ein Roboter, der mit der extrem komplizierten Metastrategie an einer Stelle warten und schießen gedrückt halten gespielt wird und somit das ganze Game gewinnt. Und das hier ist ein Hamster in einem Roboterball und weil keinem ein cooler Name einfiel für einen Hamster mit Gewehren, nannte man ihn einfach und dieser Charakter ist komplett nutzlos, dieser Charakter ist auch komplett nutzlos. Ich könnte hier einen indischen Tag-Support-Joke machen, aber ich will nicht. Oh Gott, stimmt! Oh nein, oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Und über diese Charaktere existiert mehr Overwatch-Pornografie, als das überhaupt Spiele in den letzten fünf Jahren gab. Ich besorg's mir auch zu Widowmaker. Ich besorg's mir jeden Tag zu ihnen. Ich besorg's mir jetzt gerade zu Widowmaker. Ach du Scheiße, da macht er sich wirklich. Solltest du es zufällig schaffen, doch ein paar Gegner zu killen, wird dein Gameplay am Ende vor allen Leuten angezeigt und du bekommst das sogenannte Play of the Game. Play of the Game. Ziel vom Spiel ist es, einen Punkt einzunehmen oder als strategisches Team die Fracht zu schieben. Doch in 99% der Fälle macht ein einziger Spieler die ganze Arbeit, während die anderen sich am Rande der Map um ein Medikit prügelt. Das Game wird von Jeff Kaplan geleitet. Der auch immer noch erfolgreich in der Firma unterwegs ist. One from the one, two, three. What's up, this is Jeff from the Overwatch Team. Meme-Legende und seit neuestem offen rechtsradikal. Hat außerdem... What the fuck? ...die große Ehre, jedes Mal aufs Neue, das bevorstehende Overwatch-Update zu verkünden. Ein neues Update. Hat außerdem einen 10 Stunden Livestream gemacht, in dem er vor einem Kamin sitzt und vor 30.000 Leuten absolut gar nichts macht. Hier ein paar Highlights. Das hat er übrigens nach mir gemacht. I need healing. This is Jeff from the Overwatch Team. Außerdem gibt es noch die professionelle Overwatch League und hier kann man sich die Faustregel merken. Je unangenehmer die Teams die Arena betreten, desto besser werden sie wahrscheinlich spielen. Jake Kaplan! Oh mein Gott! Die E-Sport-Liga hat außerdem zahlreiche Talente Oh Gott, dieser Auftritt. ...her vorgebracht. Wie zum Beispiel den kanadischen Philosophen Felix Lengiel. I've seen some of these documentaries. I've been doing none of that. Hey, the game government ended up getting the one in the best sample. I have no idea what the fuck you're taking. Die nächsten Jahre kamen dann ein paar Expansions für die anderen Spiele. Es wurde sich weiter um den E-Sport gekümmert und die Games wurden Stück für Stück immer mehr monetarisiert. Yes! I do want you more! Au! Auf einmal sind wir in 2019 und zahlreiche Chinesen in Hongkong kämpfen nicht nur um ihr Leben, sondern auch gewaltsam für die Unabhängigkeit vom Süd- Oh nein! ...dich im China. You are planning for another Holocaust! This is massive harm! You have failed badly! We want freedom! And freedom is what we will get! Es war ein ganz normaler Sonntagmittag. Das Heartstone Grandmaster-Turnier ist in vollen Zügen Oh, ich krieg Gänsehaut, Digger. Ein chinesischer Spieler namens Blitzchang macht absoluter, absoluter Giga-Shit Folgendes in seinem Interview nach dem Match Oh Gott, Alter, was Blizzard für eine f***ing versch***ene Firma ist einfach. Dieses Video ist einfach so ein kontinuierliches Schütteln, was immer mehr wird. Das schüttelt dich immer mehr. Am Anfang, da war Blizzard noch so, das hat dich so ein bisschen berührt, aber dann, so Mitte des Videos, fängt es an, dich richtig unangenehm zu schütteln, Alter! Sch*** Blizzard, wirklich, das ist die ganze Zeit, was du denkst. Am selben Tag noch den Spieler von jeglichen Wettkämpfen, nahm ihn all sein Preisgeld wieder weg, stellte in Höchstgeschwindigkeit das VOD vom Turnier auf Offline und feuerte die zwei ansiedelnden Kommentatoren dazu noch gleich mit. Das war so, also das, diese Situation war so krass, das war so krass, Alter. Was ist los? Dieser Gestank, den kenne ich irgendwie. Blizzards Reaktion machte natürlich sofort Schlagzeilen und so. Oh mein Gott, die haben so, oh, das war unangenehm, Alter. ...zogte für ziemlich große Empörung. Und so stellten sich einige Leute die Frage, warum zum Teufel? Kehrt sich eine amerikanische Videospielfirma, die Spiele programmiert und in einem demokratischen Land sitzt, so sehr dafür, wenn ein asiatischer Hearthstone-Spieler zum Protest gegen eine kommunistische Partei in China aufruft. Tja, Money, Money, Money. Blizzard hätte das China-Geschäft nicht mehr machen können. Kein China-Geschäft, kein Absatzmarkt. Money, Money, Money. Donald Trump don't trust China. China is a... Okay, Speedrun-Erklärung. Es gibt in China eine Firma, die heißt Tencent. Das ist, by the way, der größte Videospielentwickler der ganzen Welt, hat aber noch keinen Schmerz, was von gehört. Diese Firma steckt ganz schön viel Kohle in alle möglichen Firmen auf der Welt und die Chefe dieser Firmen können sich dann dadurch mehr Yachten leisten. Sollte also mal eine Firma etwas tun, was die chinesischen Investoren gar nicht mögen, ist das Geld auch wieder weg. Also heißt es Schuhe lecken, den roten Teppich ausrollen und bloß nicht in irgendeiner Weise Winnie-Pooh erwähnen. Boys, we did it. I'm banned from China. That's right. Riot Games, die Macher von League of Legends, gehören sogar zu 100% Tencent. Hier eine Liste mit all den Firmen. Juhu. Ja, eigentlich jede Firma so ein bisschen. Spotify auch übrigens. Überall ist Tencent Money. Eigentlich ist überall Tencent Money. Also es ist nicht, es hört da auch nicht auf. Das ist noch mehr. Best companies in the world right now are companies like Tencent and ByteDance. Und fragt euch mal, warum in allen möglichen Spielen immer diese hässlichen chinesischen Neujahrsskins und Events rauskommen. Jep, das ist subtile Propaganda, um China als wunderbares, tolerantes Superland darzustellen. Nein, wir stecken keine Leute in Arbeit-Camps. Wir sind China und feiern mit euch das chinesische Neujahr in Fortnite. Warum besitzen sie in France, wenn du nur die Replika in Tiong Dicheng besitzen kannst. Hey, schau, sie haben sogar eine Kopie des Holocaust. Mit Tencent. Holy F**k. Wir sind haben hier also eine riesige Monopolfirma, die in China sitzt, von der Regierung gesteuert wird und gleichzeitig enormen Einfluss auf die... Ja, wichtige Information. Die von der Regierung gesteuert wird, ist ganz wichtige Information. Keine unabhängige Firma ist, ja, unter Regierungskontrolle steht. ... die größten Firmen der ganzen Welt hat. Ja, ich sehe da absolut gar kein Problem. What the hell? Made in China? New World Record, Baby. Und ja, auch Blizzard musste klein beigeben, als Papa Tencent wieder am Telefon geschrien hat, dass man doch ganz schnell den bösen Hearthstone-Spieler, der sich für Hongkong aussprach, bannen soll. Tja, das heißt nichts umsonst. Löse Dich von jedem freiheitlichen Gedanken, wenn Du je an der warmen Brust Chinas nuckeln willst. Und genau dieser Sachverhalt fand seinen Weg dann irgendwann auch auf Reddit. Und noch am selben Tag startete mit dem Hashtag Boycott Blizzard eine der größten Videospiel-Proteste der Gaming-Geschichte. Es hat begonnen. Also erstmal gab es haufenweise Spieler, die sich dazu entschieden, ab jetzt keinen einzigen Blizzard-Titel mehr anzufassen oder ihr WoW-Abo beendeten. Oh mein Gott, was passiert mit mir? Bilder von verbrannten Blizzard-Spielen, Videos wie komplette Accounts gelöscht oder bis aufs Wesentliche reduziert wurden. Smart. Und Leute fingen an, sich wieder den altbekannten Gaming-Klassikern zu widmen. Und auch die Blizzard-Mitarbeiter machten mit, versammelten sich vor dem Hauptgebäude und überklebten das berühmte Schild vor der Statue mit der ironischen Aufschrift Jede Stimme zählt. Eine zahlreiche Blizzard-Version vom China Tiananmen Square Massacre. Oh mein Gott. Das Ding ist, es ist mal wieder der Beweis, dass es nur schlimmer wurde. Die haben das versucht zu zensieren, zu bannen und es ist um ein Streisand-Effekt Atombomb-Modus schlimmer geworden. Ach du Scheiße. ...wurden erstellt und fanden ihren Weg in das Internet. I will not stop boycotting Blizzard-Games. Leute schrieben komplett sinnlose Mails, um irgendwie die Postfächer vom Blizzard zu überlasten. Oh Gott. Ich wurde von einer Harpune getroffen. Okay, Scheiße drauf. Ich bin raus. Und auch andere Hearthstone-Spieler aus dem Turnier schlossen sich der Sache an. Blast any... Oh! Oh! ...weil nicht länger. Spirit. Und das ist Game... Yep. Und Blizzard fielste Öl ins Feuer und bannte auch diese Spieler für ihren Protest. Man würde ja laut dem Regelwerk keine politischen Statements oder Proteste in der Firma akzeptieren, hieß es. Hmm. Ganz so nach dem Motto Es ist nur okay, solange es sich vermarkten lässt Ja, das ist natürlich Nur eine Vermarktungskampagne Das ist nicht wirklich für Inklusion Wie nennt man das? Gaywashing? Oder LGBTQwashing und so Rainbowwashing oder Pridewashing? I don't know Es ist auf jeden Fall nur eine Marketingkampagne Blizzard geht es natürlich nicht um Inklusion Die machen ihr Regenbogenlogo bunt Und dann sagen Ihr Logo machen sie in Regenbogenfarben Und dann verkaufen sie es auf ein T-Shirt Pinkwashing, okay Und so einigte man sich darauf Die Overwatch-Heldin May Zum offiziellen Pro-Demokratie-Symbol Der Spieler zu machen Wenn wir mich in ein Pro-Hongkong-Symbol verwandeln Könnten wir das Spiel in China gebannt kriegen Modern Probleme require modern solutions Aber seht euch um Jemand muss etwas tun Wir müssen etwas tun Die Welt versinkt im Chaos Und braucht Helden Seid ihr dabei? Daraufhin wurden zahlreiche Kommentarsektionen gesperrt Und Blizzard sorgte dafür Dass man seinen Battle.net-Account nicht mehr deaktivieren konnte Logischerweise Damit die Spielerzahlen nicht weiter sanken Alter Es muss die beste Woche sein Die EA und Ubisoft seit Jahren hatten Bis dann Wochen später Endlich das erwartete Halbherzige Statement kam Ich will ein paar Worte sagen Ich bin entschuldig Das Blizzard, Alter Preisgeld wurde zurückgegeben Der Bann wurde etwas reduziert Doch der Rufschaden an Blizzard war bereits passiert Ja, genau Und rückblickend zeigte sich ein Haken an der ganzen Sache Wer glaubt ihr, leidet am meisten Wenn auf einmal zahlreiche Leute anfangen Ihre Blizzard-Spiele zu deinstallieren Und die Firmeinnahmen sinken Sehr wahrscheinlich nicht die großen Chefs der Firma Und genau das hat man später auch gemerkt Bobby Kotick feuert über Nacht hunderte Mitarbeiter Ich will hier auch nochmal in den Raum werfen Dass Bobby Kotick 30 Millionen Dollar im Jahr macht Während sich die gefeuerten Mitarbeiter Weinend und umarmend vor dem Parkplatz trafen Jesus Christ, Alter Kapitalismus ist echt ein H*** Sohn Ach du Sch***, Alter Bitte, du darfst die Karte nicht spielen Und jetzt aktiviere ich Bobby Kotick Ich mein, was zum Teufel will dieser Mann überhaupt mit seinem Geld Etwa zur Jeffrey Epstein-Insel fliegen Oh sorry, falsches Bild Was haltet ihr von diesem süßen Hund hier? Als die ganze Sache wieder abflachte Wurde dann später überhaupt nicht scheinheilig Noch ein Black Lives Matter gepostet Oh Bro Und Bobby selber war der Meinung Dass sich Blizzard eigentlich überhaupt nicht politisch engagieren sollte Also ich hab meinen Blizzard-Account wegen der Hongkong-Kontroverse gelöscht Jetzt will ich aber das Overwatch-Halloween-Event spielen Wie bekomme ich meinen Account zurück? 2020 kam dann immer noch kein neues Spiel Dafür bekam Warcraft 3 ein Remake Oh mein Gott Oh Gott Das Remake Oh mein Gott Oh Gott, das weiß ich auch noch Das Spiel war damals enorm beliebt Und bereits 2018 wurde angekündigt Dass man dem 16 Jahre alten Spiel Eine über... Das hat weniger was mit Kapitalismus zu tun Wenn er eine Person so viel Geld bereits hat Das ist nur ein abscheulicher Geiz Von dem er nicht genug bekommt Das ist tatsächlich die Quintessenz von Kapitalismus Das ist die Quintessenz von Kapitalismus, Bro Das ist die... Per Definition würde ich es fast sagen Mehr Geld machen Noch mehr Geld machen Das ist Kapitalismus Verarbeitung verpassen möchte I am honored To present the return Of another Titan Yes! Yes! It's gonna be an exciting new chapter You can order that today You can pre-order that today I will pre-order you Marmar Pre-ordered? Lol Zwei ganze Jahre sollte das Remake in Entwicklung sein Und dann kam der Release Day Oh mein Gott Blizzard Wie habt ihr es hinbekommen Ein bereit komplett fertiges Spiel Fehlerhaft neu rauszubringen Biggest scam in Gaming History in 2020 Nice beta Blizzard LMA Blizzard in a nutshell Das sind die Cutscenes von der BlizzCon zwei Jahre zuvor Das sind die Cutscenes vom Spiel als es rauskam Deine fucking Einheiten ändern die Farbe Erstens, ich hoffe ihr habt den Stylen mitgegangen Was geht hier vor? Manche Truppen wurden geremastered Und manche wurden anscheinend komplett vergessen Warum kann ich nicht mit meinen Freunden spielen? Die Idee von neuen Sprechern wurde gestrichen Dafür gibt es jetzt sowas Der Wind dringt ein in einem durchm Bein Und ihr zittert nicht einmal Ich starte eine neue Runde und habe sofort verloren Defeat? What? I just lost Really? Ich weiß was das ist Ein unsichtbar machender Tarnumhau Eine schlaue Integration von Ron Weasley-Lizy Der bessere Weasley Das Hauptmenü ist eine Web-App, die über Chrome läuft und deshalb die komplette CPU lahmlegt Welcher What? Mensch, hat das bitte abgesegnet? Arthas looks like a drunk He looks like a 55-year-old drunk Wartet bis ihr mich im Einsatz Jep, diese Liste von Features, die im Spiel fehlen, ist ganz schön lang God of that sh** is in the game Our gold mine has collapsed Custom games are broken, the login is kind of broken, the connection is broken, the online activity is broken, the frame rate is sh**, the stabilization is terrible Lieber Support, mein Spiel funktioniert nicht Ja, dann kauf doch einfach einen neuen PC Drei neue Spielfehler, die ich zu meiner Sammlung von anderen Spielfehlern legen kann Warcraft 3 vs Warcraft 3 Reforged Okay, das Remake ist also sch** Du willst deshalb lieber das alte Warcraft 3 Spiel Tja, das geht nicht, denn die alte Version wird mit dem Remake ersetzt Das heißt, du musst dich als jahrelanger Spieler auf einmal mit diesem halbfertigen Müll zufrieden geben Stating the following Warcraft 3 Reforged Refund Request denied Geld für das Spiel zurückzubekommen war ohne Behörden so gut wie unmöglich Wenn dein Spiel vorbestellst, verpflichtest du dich bloß für irgendwas zu bezahlen, was ein paar A** in Kalifornien nicht mal fertiggestellt haben Weißt du, was du für so eine Vorbestellung kriegst? Ein Schwanz in den Mund Und dann kam das gewohnte, es tut uns sooo leid Statement That I'm very sorry and I apologize That I'm giving up Und so Review-bombten Leute aus Frust das Spiel auf Meta-Kritik Disappointment, Disappointment, Disappointment The worst Remaster game Oh mein Gott, Alter, sie haben, oh Gott It's a load of donkey poo Suicide prevention hotline number 800 273 8255 You're gonna need it Q, Q, Q Und dadurch wurde es über Nacht das am schlechtesten bewertetste Spiel aller Zeiten Ganz unten, auf dem Rang 19.095 Somehow, Blizzard is now worse than Bethesda Das Geld hat sich Blizzard ordentlich schmecken lassen Ein paar Sachen wurden dann über die nächsten Monate gefixt, damit die Leute aufhören zu nerven Und dann ging es weiter zum nächsten Projekt Wir schreiben mittlerweile 2021 Blizzard hat immer noch kein neues Spiel rausgebracht Dafür kommt etwas ans Licht, was der Firma den absoluten Gnadenstoß verpassen sollte Blizzard Entertainment wird vom Bundesstaat Kaliforniens angeklagt wegen sexueller Belästigung auf dem Arbeitsplatz Also man muss, oh Gott Oh no Ladies and gentlemen, we need to talk about Activision Blizzard Over the way a new sexual harassment lawsuit claims the company has treated women for years I think at this point it's safe to say Activision Blizzard is the most evil video game company ever Man wünscht sich, dass das der Todesstoß gewesen wäre Aber so wie im Internet auch, hat die Realität keinerlei Konsequenzen Besonders für Leute, die im Rahmen dieses riesigen Kapitalmarktes irgendwie unterwegs sind Denn das war ja auch nur eine mehrwöchige Aufregeraktion Die durch ein paar Statements wieder beschwichtigt wurde Also, dass das Konsequenzen hatte Weiß ich nicht Ist es Blizzard gewesen, wo die Mitarbeiter auf dem Zimmer, auf dem Bett mit diesem Poster von, wem war das? Bill Cosby liegen? War das Blizzard? Oh, das ist so weird Ich weiß nicht, ob es Blizzard war, aber es gibt, ich glaube es war Blizzard Ist einfach fucking weird, weißt du, einfach so Einfach fucking weird, Bro Das Ganze hat unfassbar schnell Schlagzeilen gemacht Und plötzlich meldeten sich Ex-Angestellte, anonyme Mitarbeiter und andere Instanzen zu Wort Bis am Ende über 500 Beschwerden zusammenkamen Und so merkte man, dass diese sexuelle Belästigung nur die Spitze des Eisbergs war Laut der 29-seitigen Klage spielen männliche Angestellte während der Arbeitszeit primär irgendwelche Videospiele Meistens Call of Duty Die Arbeit wird dafür an die Frauen delegiert Und überall im Büro steht Alkohol rum Was dazu führt, dass sich viele Mitarbeiter den ganzen Tag über besaufen Was im Nachhinein auch so einige Spielpatches erklärt Also, das ist übrigens die Szene, mit der ich Asmongold kennengelernt habe Was im Nachhinein auch so einige Spielpatches erklärt So ein Klassiker Damit habe ich, das ist die Szene, mit der ich Asmongold einfach kennengelernt habe Das war das erste Mal, dass ich Asmongold gesehen habe Also wirklich wild No Hell Station einfach Bam Bam Regelmäßig eine Art So gut, so gut Pro Event namens Cube Crawl Bei dem sich Männergruppen an einem bestimmten Wochentag Gemeinsam im Büro betranken Und dann durch das Gebäude liefen Um Frauen auf verschiedenste Weise zu belästigen Und einfach nur Unsinn zu bauen Während mein f***ing Pferd in Diablo seit Wochen immer noch Buggy ist Was zum Teufel treibt die auf der Arbeit? Sir, sie haben den Job Außerdem wurden zahlreiche Lines auf der Mitarbeiter-Toilette gezogen Frauen bekamen aus Prinzip weniger Geld Obwohl sie doppelt so viel leisteten Einfach, weil sie Frauen sind Und Angestellte wurden regelmäßig mit Flaschen beworfen Frauen haben keine Gehaltserhöhungen bekommen Weil sie ja vielleicht irgendwann schwanger werden könnten Und es wurden heimlich Kameras auf der Darm-Toilette installiert Was zum Lass mich kacken Manche Mitarbeiter haben so wenig Lohn bekommen Dass sie ganze Mahlzeiten überspringen mussten Um ihre Miete zu bezahlen Woher wusstest du, dass ich bei Blizzard arbeite? Vergesst nicht Bobby Kotick macht 40 Millionen im Jahr Konnten sich nur Haferpflöcken zum Essen leisten Du willst als Frau Urlaub nehmen? Du musst ein einseitiges Essay darüber schreiben Wie du dein Kapitalismus, Ladies and Gentlemen Eine Zeit im Urlaub nutzen wirst Blizzard, are you serious? It must be a dream to work at Ob du bei Blizzard angestellt wirst Ist auch davon abhängig Ob du gut aussiehst oder nicht Es gab ein Apartment von Blizzard-Mitarbeitern Mit dem Namen Cosby Suit Benannt nach dem verurteilten Vergewaltiger Ja, die Cosby Suite übrigens Cosby Suit Benannt nach dem verurteilten Vergewaltiger Bill Cosby In der sich regelmäßig Mitarbeiter versammelten Um dort besoffen Partys zu feiern Und Koks zu nehmen Kokahina Die sogenannten Hot Chicks Wurden davor für das Zimmer rekrutiert Meistens waren das Frauen von der BlizzCon Die Fan von den Spielen oder Entwicklern waren Komm mit ins Hotel und ich geb dir 20 Lootboxen, Baby Welche dann dort abgefüllt worden sind Und dann, naja, ihr wisst schon, Mensch, ärgerlich nicht gespielt haben Von einer Mitarbeiterin wurden Nacktfotos auf einer Firmenveranstaltung rumgereicht Sie ist dann nach Hause gefahren und hat sich umgebracht Okay Es gab mehr Fälle, bei denen ein unbekannter Angestellter Die abgefüllten Muttermilchflaschen von Mitarbeiterinnen aus dem Kühlschrank klaute Auch genannt der Muttermilchdieb Mit 4chan fand die Story genauso krank wie alle anderen auch Und hat sich CIA-mäßig sofort auf die Suche gemacht, um den Muttermilchdieb zu finden Als wäre das ein Internet-Sidequest mit dem Namen Findet den Milchbandit Nur um dann herauszufinden, dass das Ganze selber ein 4chan-User war Der das vor Jahren schon einmal auf der Plattform postete Drink it before your workout for maximum gains Dann kam raus, dass wichtige Dokumente, die von Kalifornien für die Untersuchung angefordert wurden Absichtlich geschreddert wurden Oh mein Gott, dieses Video Alter, ich bin Wir haben jetzt wirklich schon viel geschafft Aber das ist schon ganz schön Alter Schwede Alter Schwede Ich kenne einige Also ich Das ist natürlich schon extrem Aber man muss sich mal Man muss sich mal vorstellen Dass das diese Läden sind Die dir auf Social Media Und im Umgang mit Marketing Content-Creatern Influencern vorgeben wollen Dass sie inklusiv sind Dass sie an Menschenrechten interessiert sind Dass sie die Identitäten von Menschen Akzeptieren Das sind diese Firmen Bruder, ich könnte euch Ich könnte eine ganze Liste von Firmen machen Die da ähnlich sind, Alter Holy fucking shit, Alter Das ist schon Dann kam noch raus, dass Bobby Kotick von diesen ganzen Sachen wusste Es ihm aber offensichtlich egal war Und doch als er merkte, dass die Leute ziemlich sauer waren Meldete er sich höchstpersönlich mit einem Statement zu Wort Er ist echt ein Psychopath Außerdem hat er daraufhin eine Frau eingestellt Die ab jetzt für eine gesündere Arbeitsatmosphäre im Büro sorgen sollte Eine Frau, die seit Jahren dafür bekannt ist Kriegsverbrechen und Foltermethoden zu glorifizieren Ja Wer könnte nur besser geeignet sein Just a regular day in the Blizzard Entertainment Office Streamer haben daraufhin aufgehört Blizzard Spiele zu streamen Spieler veranstalteten digitale Protestaktionen Und deinstallierten die Spiele erneut Und auch vor dem Büro sammelten sich Mitarbeiter erneut Und protestierten gegen die herrschende Arbeitsethik bei Blizzard Außerdem entstand die wunderbare Schlagzeile Activision Blizzard ermittelt Activision Blizzard Und fahrt heraus, dass Activision Blizzard absolut nichts falsch gemacht hat Und um die Spieler wieder ruhig zu stellen Wurde ein In-Game-NPC, der nach einem Mitarbeiter benannt wurde Zu einer Frau gemacht Der Name vom Cowboy McCree wurde geändert Es gab das gewohnte Entschuldigungsstatement Und sexuell suggestiver In-Game-Content wurde zu Obst verwandelt Und ein paar Monate später verzeichnete Blizzard dann trotzdem wunderbare Zahlen Keiner redete mehr über den Skandal Und so feuerte Bobby Kotick erstmal aus dem Nichts ein paar Mitarbeiter Um die Ausgaben der Firma zu reduzieren Man muss sich diesbezüglich auch klar Ich weiß nicht, inwiefern euch das bewusst ist oder man das sieht Das ist eine Maßnahme, eine kurzfristige Maßnahme, die das Eins und Eins von Unternehmen ist Wenn die Umsätze nicht deinen Entwartungen entsprechen und du Investoren hast Und deine Investoren aber mehr Geld sehen wollen Ist das Einfachste, was du machen kannst, Mitarbeiter entlassen Zu Hunderten Das ist simpel Das ist am gängiger amerikanischer Standard, würde ich fast sagen In Firmen, in denen investiertes Geld liegt In denen von einem Umsatz ausgegangen wird Ist das Personal der Hebel, die Dividende zu zahlen Das ist simpel Das ist das Einfachste Der einfachste Hebel, den du hast Nimm die Dividende mit It's easy Und dann stell vielleicht wieder ein paar Leute ein Welche dafür als Entschädigung eine 200 Dollar Battle.net Gift Card in die Hand gedrückt bekamen Oh Gott, ich bin arbeitslos Dafür habe ich jetzt eine Schildkröte Ein Jahr später gab es dann noch eine Anklage gegen Blizzard Die zeigte, dass sich offensichtlich kaum was geändert hat Man würde aber jetzt ein Mitarbeiter-Ranglistensystem führen Was wohl so viel heißt wie Oh, du hast seit drei Tagen keine Frau belästigt Du kriegst ein gut gemacht Sternchen Und vergiss nicht, bei fünf Stück kriegst du ein Sandwich umsonst 100 Dollar Points have been deposited into your account Oh, let's go! Und dann wurde angekündigt, dass man nach der ganzen Kritik der Spieler Jetzt endlich für mehr Diversität in den Spielen sorgen möchte Und das mit Hilfe eines Diversity-Tools, welches verschiedene Charaktere aus Blizzard-Spielen anhand bestimmter Eigenschaften katalogisiert und somit als unterschiedlich divers einstufen kann Es ist halt, es geht halt immer davon aus Die gehen halt davon aus, dass das Spiel den Diversitätsfaktor haben muss Um die Missrepräsentation der Firma, die das Spiel entwickelt hat, zu kompensieren Aber bei dem Spiel ist das erstmal überhaupt nicht das Problem Weil die Firma ja das Problem ist Das ist so Das ist so What the fuck? Anna als Beispiel kriegt Punkte dafür Auf einem Auge blind zu sein Aus Ägypten zu kommen Und anscheinend einfach, weil sie eine Frau ist Und als das Schlagzeilen gemacht hat Stellten sich einige Spieler ein paar Fragen Naja, bei Konzernten sind bei einer Umstrukturierung kündigen normal Aber hier geht es nicht mit einer Umstrukturierung Hier geht es um Gewinnerhalt Man kann nicht immer allen Mitarbeitern eine Rolle neu einsetzen Keine Ahnung, was daran eine Kritik stellen soll Ich nenne dich jetzt einfach so, wie du dich darstellst Ein Bastard Okay? Die Firma wurde nicht umstrukturiert Keiner sieht hier eine Umstrukturierung Es geht nicht um Umstrukturierung Die Firma ist dieselbe Es geht um Gewinnmaximierung Und das zu rechtfertigen mit Aber die Firma muss umstrukturiert werden Weil die können nicht überall woanders arbeiten Hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun Das an diesem Punkt zu relativieren mit Naja, das ist ja Da sehe ich keine Kritik Halt einfach dein dreckiges Maul, Alter Ehrlich Halt es einfach Nimm nicht teil an einer Debatte Deine Meinung ist nichts wert Geh zurück in deinen Telegram-FDP-Lager Setz dich mit deinem Geldmaximierungsjustuses zusammen Und teil deine Meinung nicht hier, Alter Teil sie nicht hier Weil das so verzerrt darzustellen So verzerrt Angesichts dieses Videos Wo wir bei Minute 54 und 25 Sekunden sind Nach all diesen Aussagen Das macht dich zu maximalen Hupensohn, Alter Real Talk Ne? Und jetzt ver*** ich dich bitte Wie zum Teufel soll man bitte Bastion einordnen? Es ist ein gottverdammter Roboter Ist das divers? I'm gay Oder Winston Es ist ein Affe mit Sehschwäche Und somit wahrscheinlich sehr divers? Diese Orki hat zwei Köpfe Wow, das gibt 10 Diversitätspunkte Wie divers ist mein Level 20 Panda im Mario Kostüm? Super Mario gay Okay, hier wird es ein Jesus Christ Wenig schwerer Ähm, den überspringen wir vielleicht einmal Oh, ein Zitterall Der kriegt 10 Punkte für Kultur Und 10 Punkte für Gender Identität How the f*** did this get through PR? Nun Neben den ganzen Memes Und Jokes, die daraus resultierten Kann man sich hier Eine essentiell wichtige Frage stellen Ist es nicht etwas problematisch Alle Charaktere Nach Hautfarbe Rasse Sexualität Und Herkunft jeweils schlechter und besser einzuordnen Und sie Jesus Christ, Alter Miteinander zu vergleichen Und Ja Zu bestimmen, wer von ihnen der bessere Mensch ist Casual racism We're going ranked I don't care what you think Make a game and shut the f*** up Und dann kam 2022 Und nach zahlreichen Jahren Kam endlich wieder ein neues Spiel Oh nein Oh f*** no Oh f*** no Oh nein It's happening, Chet It's happening Don't you have any phones? Oh Gott Oh mein Gott Blizzard Entertainment raus Ein Titel, welcher vor vier Jahren bereits angekündigt wurde Machen wir einen kurzen Timeskip zu 2018 Die diesjährige Blizzcon wird eröffnet Und zahlreiche Gamer versammeln sich vor der Bühne Um die Ankündigung des neuen Blizzard Titels zu hören An epic year Dude Yeah, so many people just waiting outside This is it, they were waiting all year for this moment Die Ankündigung so exklusiv Dass man 40 Euro zahlen muss Um den kompletten Livestream online schauen zu können What the f*** Is Reaper Mexikan? Und dann war es soweit Die Vorhänge fallen Für den neuen großen Blizzard Titel Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, Bro Blizzcon We love Diablo Oh Gott Der Moment Der Moment Oh Gott Oh Gott Ich krieg jetzt Gänsehaut Aber nicht die gute Gänsehaut Ich krieg diese Weißt du, dieses Die Gänsehaut und diesen Oh, ich will eigentlich nicht gucken Ich will die Augen zumachen Und das Gefühl der warmen Speiseröhre unterdrücken Oh f*** Das war so out of touch, alter Oh mein Gott Der Chat rastet aus Es ist endlich Diablo 4 I was here What's wrong with his hair? Doch plötzlich fallen die Worte Mobile Devices What the f*** Keep us closer than ever To our friends And loved ones Und auf einmal Oh mein Gott, no Everyone in Chat Bestand der Chat Nur noch aus langgezogenen Und enttäuschenden Nose Nothing brings a family together Like Slay Haven Mission failed Boss-Leiste über seinem Haupt Boss Musik fängt an zu spielen Der Mann auf der Bühne Deutlich underleveled Hey, I was wondering Is this an out of season April Fools joke? No, it's a fully fledged Diablo experience on mobile Die Tradition führte sich fort Die drei Typen in roten Shirts waren komplett Redshirt guy Redshirt guy The actual redshirt guy Redshirt guy Is there any plans to make this playable on PC We don't have any plans at the moment to do a PC Oh mein Gott, alter Oh mein Gott, alter Es ist halt Natürlich Natürlich sagst du dir als Firma Guck mal Der Gaming-Markt besteht zur Hälfte aus Mobile Also wenn Tatsächlich ist die Wahrheit, ne Ist die Wahrheit Wenn ihr euch den Gaming-Markt anschaut Ist das Mobile-Segment die Hälfte Dann kommt Konsole Alle Konsolen zusammen Und PC Ist die andere Hälfte Die eine Hälfte ist Mobile Und die andere Hälfte ist Der Rest Und dann sagst du dir natürlich als Firma Es macht ja Sinn Das So umzusetzen Denn Wenn wir eine Hälfte davon bedienen Ne Dann Let's go Macht einfach Sinn Plus asiatischer Absatzmarkt Let's go Und man muss eins sagen Ne Neben dem ganzen Kritik-S*** Der da reingeprasselt ist Und boy oh boy Ich hab die S*** natürlich nicht angefasst Aber die Leute haben's gespielt Und haben Tausende Hunderte Euro Und Dollars In diese S*** reinversenkt Das war Ich würde es ein Erfolg nennen Dieses Spiel hat halt Millionen Billiarden umgesetzt Weil halt Mobile Game Ne Die Leute waren offensichtlich Empört über diese Ankündigung Denn allen war klar Es wird ein halbherziges Free-to-Play Pay-to-Win Mobile Game Um den chinesischen Trend Der Live-Service-Handyspiele Nachzurennen Und Einfach nur ein bisschen Geld abzugreifen Doch der S*** Storm Hat sich schnell beruhigt Denn es kam kurze Zeit danach Fallout 76 raus Und das war nochmal Ein anderes Kaliber Well I got so mad I shaved everything off my face Zurück zu 2022 Und das Spiel kam raus Mitsamt zwei Absolut gut ankommenden Spieltrainer Hey Blizzard believe this Hey Blizzard believe this Hey Blizzard Kriperion, Alter Hey Blizzard Hey Blizzard Hey Blizzard Привет Blizzard Und das ist meine Reaktion On Diablo Immortal S*** Und neben der eh schon herrschenden Unzufriedenheit mit Blizzard Wurde all dieser Frist Ausgelassen Mit einem riesigen Review-Bombing Auf Metakritik How the mighty have fallen Blizzard used to make Some of the greatest games Of all time And now it targets children For microtransaction gambling F*** Das schlechteste Spiel Aller Zeiten Mit einer Wertung von Stärken 0.3 I Work in Mobile eSports People are wrong Mobile eSports Das ist halt tatsächlich absurd Es ist eine verzerrte Darstellung Denn eigentlich ist es wirklich so Die Hälfte vom S*** Markt gehört Mobile Aber jeder hasst Mobile Die Leute, die auf dem Handy Videospiele spielen Sind deine Tante, die Candy Crush abhängig ist Das ist Mobile Games Das ist halt Das verzerrt halt unheimlich Diese Statistik Da sitzt halt deine Tante Die sitzt auf der Couch Und die ist halt schwer Candy Crush süchtig Stark abhängig Es gibt 21 verschiedene Währungen In diesem Spiel Für die man fast alle Geld ausgeben kann Um deinen Charakter komplett zu upgraden Müsstest du 110.000 Dollar ausgeben Bruder, ich hab letztens erst Ich bin ja so D&D-Typ Ich hab letztens erst gehört Dass so ein D&D-Game runtergekommen ist Auf Mobile Und ich dachte, hä, warum kommt denn ein D&D-Game Auf Mobile raus Ich guck da rein Guck in den Store Sehe nach der Transaktion am Anfang Und denk mir so Ach du Sch***er Das ist ja F***ing infiziert Mit Mikrotransaktionen Also so richtig crazy Alter Schwede Alter Schwede Ist das voll mit Geld Also mit Also Oh mein Gott Oder du musst einfach nur Zehn komplette Jahre am Stück Diablo Emote spielen Hey Du bist fällig Ich geh grinden Überlevel mich bis Ultimo Hol mir ein fettes Feuerschwert Und dann bist du fällig Das ist dein Looch Wenn du Diablo Immortal Free to Play spielst Das ist dein Looch Wenn du Geld in Diablo Immortal ausgibst Wow 2 Legendary 3 1 4 Das ist dein Looch Das ist dein Looch Dass man die besten Embleme im Spiel bekommt Hat eine Chance von 0,045% Es gibt ganze Seiten Auf denen man simulieren kann Wie viel Geld man verlieren würde Bis man so ein Emblem Ergambelt kriegt Man könnte jetzt auch meinen Das Spiel sei total gefloppt Alle haben es gehasst Die Entwickler wurden noch vor Release Live ausgebucht Und sogar die Aktie hatte kein Bock auf das Spiel Insgesamt wäre es also ein totaler Belust für Blizzard Doch Diablo Immortal hat bereits nach zwei Monaten 100 Millionen Dollar gemacht Und im ersten Jahr 525 Millionen Und ist somit nach Pokémon Go Das am besten verkaufte Mobile Game auf dem Markt Ja Das ist das Problem Okay Wie kann das sein? Diablo Immortal ist 10x worse than Genshin Impact Jeder Entwickler Der Mikrotransaktionen anbietet Unterteilt alle Spieler in verschiedene Seetiere Ja wirklich Die große Anzahl der Spieler sind Fische Diese geben nichts oder maximal 5 Euro aus Ich kann ihr Geld nicht annehmen Mr. Krabs Das Gaming Ist doch meine Leidenschaft Dann gibt es Delfine Die sich ab und zu mal was im Spiel gönnen Oder vielleicht um die 50 Euro im Monat ausgeben Und dann gibt es mit ca. 1-2% der Spieler Die Haupteinnahmenquelle der Entwickler Die Wale Hä? Hast du etwa noch nicht einen Tag nach Release Alle Skins in diesem Spiel freigeschaltet? Nein, ich bin gar nicht viel stärker als ein normaler Das ist wie Modern Talking, keiner hört es Trotzdem wurden Millionen CDs verkauft Könnte man sagen Vielleicht könnte man auch einfach besser sagen Dass Leute, die auf eine Blizzard oder BlizzCon gehen Nicht den Durchschnitt der Gamer darstellen Auf eine BlizzCon gehst du halt als Enthusiast Da gehst du halt als absoluter Fan Und wenn du da halt zerrissen wirst Von den Supergamern Dann hat das überhaupt nichts mit der Reaktion des Marktes zu tun Und die Reaktion des Marktes haben wir ja gerade gesehen Die haben einfach Hunderte Millionen Dollar gemacht damit Ich würde sogar sagen mittlerweile Milliarden Also Über eine Milliarde bestimmt Das hier ist ein Wal Der mit seinem Pay-to-win Charakter Alle Leute im PvP kippt Doch hier ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen Dass die meisten Wale nicht einfach nur komplett dumm sind Sondern teilweise auch extrem spielsüchtig Und Blizzard nutzt das Ganze natürlich schamlos aus Und es gibt ellenlange Videos Über die psychologischen Vorgänge Um die großen Wale zu fangen Ein Wal hat sogar so viel Geld ausgegeben Dass er zu stark war Um überhaupt in das PvP Matchmaking zu kommen Und somit nicht mehr gegen andere Menschen antreten konnte Alleine auf dem einsamen Thron Als Gewinner In einem Pay-to-win Game Deutsche behaupten, sie hassen Diablo Immortal Geben mehr Geld dafür aus Als Briten, Franzosen und Spanier zusammen Okay Leute Wer von euch war da? Doch allen war klar Der kommende Release von Oh Gott Bruder, dieses Video entwickelt sich einfach zu einer Post rum Also ich schwitzige Hände Das ganze Thema Bruder, was ist? Hört nicht auf Es hört einfach nicht auf Das alte nostalgische Blizzard Wieder zum Leben erwecken Oh no Gentlemen Nun ist die Hoffnung wieder unter Alles fing an mit der großen Gänsehaut Trailer Ankündigung auf der BlizzCon 2019 Oh no Oh mein Gott Jeff Kaplan ist dabei Aber ich muss wirklich sehen, was Overwatch zu offert Nichts? Overwatch 2 Wenn ich das sehe und dieses Video ein bisschen Review passieren lasse Bin ich eigentlich ganz froh darum Dass City Skylines 2 rausgekommen ist Und die Leute sich darüber beschweren, dass sie zu wenig FPS haben Muss ich ganz ehrlich sagen Wenn man sich den Videospielmarkt mal anguckt Bin ich eigentlich ganz froh darüber Dass City Skylines nur zu wenig FPS hat Und das Beschlossene ist, dass Blizzard auch noch diese Hype Momente durch fantastische Videotrailer erzeugen kann Diese dreckigen Bastel einfach Los Tracer Ich weiß, dass das Spiel nicht so rauskommt und kriegt Gänsehaut in der Cinematic Ich weiß es Die Kamalerie ist da Aus London Es ist so ekelhaft Ja Jeff, we f***ing like it Story Emissionen Und zwar Hunderte Overwatch 2 wird die PvE Kampagne Auf die die Spieler schon seit Jahren gewartet haben Das macht einen auch traurig, ne? We know Dieser ganze Hype Und du sitzt hier und we know Und du weißt, wie es enden wird Du kriegst Gänsehaut Du bist traurig Oh f*** Ein ganzer Map-Trailer Neue epische, coole Charakter Musik darunter auch Oh f*** We're gonna have so much fun It is gonna be so awesome Release Date Reveal Trailer Jeffs Corner Pizza Laden Man kann die Fähigkeiten seiner Charaktere anpassen Vier Jahre Entwicklungszeit Oh Gott Für diesen Titel Redefine what a sequel means Oh Gott, dann der Livestream Oh Gott, und dann kommt dieser Livestream Wo diese drei Leute da sitzen Oder zwei Und dann erschien das langersehnte Overwatch 2 Und zahlreiche Spieler lockten sich in das Spiel ein Beziehungsweise versuchten sie es Denn die nächsten Tage nach dem Release Waren die Serverüberlassungen so groß Dass sich Leute gar nicht mehr einloggen konnten Oder für Ewigkeiten in der Warteschlange feststeckten Solltest du es irgendwie durch die stundenlange Warteschlange schaffen Hast du in den meisten Fällen aber trotzdem eine Fehlermeldung bekommen Oh nein Oh 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 wurden, lockten sich die Spieler ein, in den einer Art Hölle gleichenden Release von Spiel. Warum bin ich in der Wann? Warum falle ich durch die Map? Ich werde im Spawn eingesperrt. Error LC208 Was ist falsch mit meinen Charakteren? Eschen kann seine Ultimate unendlich oft einsetzen, man kann mit einer Fähigkeit den ganzen Server crashen. Brigitte hat einen unzerstörbaren Schild, unendlich viele Laser Bullets. Unsichtbare Gegner. Warum brauche ich ein registriertes Handy, um Overwatch 2 spielen zu können? Warum habe ich Minus-Overwatch-Coins? Mein ganzer Bildschirm ist zensiert oder mein Charakter hat einfach nur keine Brille auf. Es gibt einen Bug, bei dem alle Overwatch-Charaktere eine Glatze haben. Und glatzköpfige Spieler scheinen diesen Bug zu lieben. Overwatch 2 nimmt aus Sicherheitsgründen den kompletten Voice-Chat der Spieler mit auf. Nur noch 35 Gigabyte anhören, dann hab ich endlich Feierabend. Warum? Oh mein Gott, Alter. Warum brauche ich 100 Matches, um die neuen Charaktere freizuschalten? Aber warte, ich muss mir ja einfach nur den Battle Pass kaufen. Ein Battle Pass, mit dem man sich keinen einzigen Coin zurückverdienen kann. SCAM. A SCAM. S-C-A-M. Wie bitte? Ihr findet das unfair? Sorry, ich kann euch nicht hören. Ich habe Geld im Ohr. That's why I give my kids Overwatch 2. Warum muss ich 8 Monate lang Weekly Challenges machen, um einen einzigen Skin zu kaufen? Warum sind alle neuen legendären Skins eigentlich nur normale Skins mit ein paar ausgetauschten Farben? Our expectations for you were low, but holy f- Warum muss ich 12.000 Dollar ausgeben, um die alten Cosmetics freizuschalten? Und wenn ich alle Cosmetics freizuschalten möchte, brauche ich die Latte 327 Jahre, dann bin ich aber leider schon tot. I'm not going to live 327 years. Does anyone have any ideas on how to extend their lifespan? Hier meine Login, da. Bitte spiel für mich weiter, Sohnemann. Warum kauft ein random Bug im Spiel automatisch Skins aus dem Shop für mich? Warum ist das derselbe Preis wie gestern, nur mit einem plötzlichen Rabatt daneben? Das ist in den meisten Ländern nicht einmal legal. Das neue G- Alter, dieses Meme. Das Geldsystem ist so unfassbar undankbar, dass sich Leute tatsächlich die Lootboxen wieder zurückwünschen. You could buy this weapon charm in the form of a keychain for $5 while it costs $7 in game. Nun. Woah. Versteht mich nicht falsch, es kamen natürlich auch ein paar gute Sachen dazu. Und das Spiel kann auch Spaß machen. Aber für vier Jahre Entwicklungszeit haben die Leute vielleicht ein wenig mehr erwartet. Mein neues Restaurant trägt den Namen Krosse Krabbe 2. Was hat sie dazu inspiriert, eine zweite zu bauen? Moneten. Aber hey, kein Problem. Es gibt ja noch die Kampagne. Oh Gott nein. Groß angepriesen. Oh nein. Zahlreiche Missionen, die man mit seinen Freunden meistern muss. Hundreds of hero missions. Die Overwatch Charaktere, die man skillen kann und die ganzen coolen Sachen, die man halt soeben in den Trailern gesehen hat. Also, wie sieht's damit aus? Oh nein. We can't deliver on that original vision for PvE that was shown in 2019. What that means is... Oh Gott. Den Stream hab ich gesehen. Kurz nachdem er gemacht wurde, hab ich den Stream gesehen und dachte mir... What the f*** did they do, Alter? We won't be delivering that dedicated hero mode with talent trees. That long term power progression. Oh mein Gott, der Chat war so savage, Alter. Die Leute haben teilweise nur vorbestellt wegen der Kampagne, ja. Oder sind reingegangen oder haben sich das geholt, haben das nur gespielt deswegen. Und wollten das dann haben und dann kam's nicht einfach. Kam's einfach nicht. Wir haben einfach die Änderung zwischen Overwatch 1 und Overwatch 2, dass es einen Battle Pass hat. Ja, ihr hört richtig, die Overwatch 2 Kampagne wurde gecancelt. Ich bin fertig mit Overwatch, Leute. Ich kann's nicht mehr spielen. Willkommen zur heutigen Erfahrung von einem Fan von Overwatch 2 zu sein. Wir sehen, dass der User-Score aufhörer wird. Jemand muss sich aufhörbar sein. Du hast etwas gegründet, also du siehst. Das ist alles, was du tun musst. Overwatch 2 ist tot. Nun, wenn es die Kampagne nicht mehr gibt, was hat Blizzard in vier Jahren Entwicklung dann bitteschön gemacht? Battle Pass, ja. Copy, paste. Uff. Aber hey, wir müssen ein wenig nachsichtig mit Blizzard sein. Immerhin ist das ein kleines Indie-Studio mit gerade mal 20 Mitarbeitern und wenig finanzieller Unterstützung. Also, es gibt nach vier Jahren jetzt einen unerwünschten Battle Pass. Drei neue Charaktere, ein paar generelle Spieländerungen. Und die Overwatch League wurde eingestampft. Also, die gibt's auch nicht mehr. Paar neue Skins und neue Maps. Wobei die meisten neuen Maps einfach nur alte Maps mit anderen Tageszeiten sind. Und es ist jetzt umsonst. Natürlich, damit Leute Geld dafür ausgeben. Well, there's no game here. What happened? Did the programmers pass out? Ah, und sie haben die was größer gemacht. Ich nehm alles zurück. Meta-Kritik 10 von 10. Der ganze Hype. Die ganzen Vorbesteller-Pakete. All das, um dann einfach anzukündigen. Also, das ist schon frech, Alter. Ich weiß nicht, ob man das Geld jemals zurückkriegen würde. Weil das ist halt halt offensichtlicher Fraud, oder? So, du kannst ja nicht etwas zum Kauf anbieten mit einem Feature-Versprechen und das auch verarbeiten in Trailern. Und dann lassen die Leute das kaufen und du verzögerst den Release. Und dann releasest du es halt nicht. Also, das ist schon... Also, das ist einfach straight up Druck. Dass man den PvE-Modus wieder streichen würde. Und jetzt eigentlich nur dasselbe Spiel wieder vorüblich bleibt. Wir kreieren etwas wie Overwatch, aber mit mehr battle-passungen. Später wurde Overwatch 2 auch als erstes Blizzard-Spiel auf Steam veröffentlicht. Und eigentlich ist sowas ein historischer Tag für die Spielindustrie. Doch jahrelange Frustration, jahrelange falsche Versprechen von Blizzard und die letztendliche Veröffentlichung eines Spiels, was eigentlich nur ein Update ist, resultierte in dem wohl größten Review-Bombing, welches ein Spiel jemals auf Steam erleben durfte. Welcome to Steam Blizzard, here are all the honest reviews. Overwatch 2 wurde innerhalb der ersten Tage zum schlecht bewertet zum Spiel auf ganz Steam. Und oh mein Gott, waren die Leute sauer. Oh mein Gott. Jesus Christ. Prose, you can play as a monkey. Monkey life is good life. Oh mein Gott, das ist ein Link to Team Fortress 2. No. Reveal of the century I don't know which blizzard cheese wears its flair as its female employees Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Overwatch made me free to play now but it's also free to uninstall PORN 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 Yo, what? I have seen more porn than actual gameplay I'm doing my part I'm doing my part I'm doing my part Sex with Doomfist would be so cool Hello, Winston Erko Download the game Write a bad review Uninstall the game Mit einem All-Time-Low-Play-Account und einem Steam-Review-Bereich der einem Schlachtfeld glich antwortete Blizzard mit der einzig vernünftigen Lösung Die Charaktere Pharah und Baptiste sind jetzt gay und stolze Member von LGBTQ und Mercy kriegt einen freizügigen Skin Team Fortress-Spieler haben das Review-Bombing auf Steam gesehen und sich neben einer rasant ansteigenden Spielerzahl auf ihr Jahre altes, update-loses, immer noch extrem beliebtes Spiel sehr schadenfreudig über Overwatch-Spieler lustig gemacht. Ah ja, und neben einem John Cena Trailer zur Wiedergutmachung Ich kann ihn nicht sehen WTF Gab es natürlich dann das Generische Es tut uns sooo leid Wir können die Zeit leider nicht zurückdrehen Statement Wow, that's a lot of words Too bad I'm not reading them Und dann kündigte man an, dass man über die nächsten Monate Stück für Stück Content hinzufügen möchte Juhu Danke Blizzard, dass wir eure Beta spielen dürfen F*** Blizzard, Alter F***, Alter Ich bereue jeden Dollar, den ich auch nur für Hearthstone-Packs ausgegeben habe I'm so sorry Ich möchte mich bei allen entschuldigen dafür, dass ich in Hearthstone für Packs Geld ausgegeben habe I'm so sorry Es tut mir sehr leid, ich möchte mich bei allen dafür entschuldigen Das wird nie wieder vorkommen Und so landen wir beim aktuellsten Titel von Blizzard Diablo 4 Nun, das Spiel hat die Leute gehypt, als es angekündigt wurde Dennoch war die Glaubwürdigkeit von Blizzard ein wenig weg Mh Ich habe die gleiche Worte gemacht, drei Mal schon. Ich glaube nicht, das ist lustig mehr Diesmal gab es für den Hype eine Werbung von Megan Fox mit Ausschnitt, um die ganzen Gamer abzuholen If there's one thing I love Vanille, Schoko, Schoko, Vanille Die Paula ist ne K Eine vielversprechende Ankündigung auf Der Blizzcon Und dann kam das Spiel raus Und es ist definitiv kein schlechtes Spiel Es ist einfach nur sehr trocken und seelenos Und die Leute haben relativ schnell aufgehört Diablo zu spielen Battle Pass 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 Die Leute spielen jetzt das bessere Diablo Ja, ähm Part of Exile Es kam Wochen nach dem Release ein Patch welcher als der schlechteste Gaming Patch aller Zeiten betitelt wird Nr. 1 Everything is worse Nr. 2 Everything is harder Nr. 3 Everything you were doing Now you have to work harder to do it again Nr. 4 Fixed multiple issues where players were having fun Fixed multiple issues where players Were excited Reduced player base by 70% What the hell has happened To Blizzard Und der Glitch wo das Pferd die ganze Zeit vor sich hin leg wurde immer noch nicht behoben Bitte Blizzard tut etwas Nachdem Leute sich das Spiel geholt hatten Blizzard mit neuen Rekordzahlen ordentlich abcashen konnte We just launched Diablo 4 which is the most successful launch we've had of a Blizzard title ever Hörten die meisten relativ schnell wieder auf zu spielen Ja, tatsächlich ja Diablo 4 ist heute so gut wie tot Und True Spielt keiner mehr Das in Rekordzeit Business is good Und so sind wir in der Gegenwart angekommen Doch nein, die Story hört hier noch nicht ganz a** auf Denn nicht nur die Spieler sind ganz schön ange**t von Blizzard Sondern auch Tencent Im Januar 23 wurden die Server in China für alle Blizzard Spiele geschlossen The End of Bonera everybody If you're a WoW player over in China What? You just got a** man Ouch That's not a joke Da man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte und Blizzard zu viel Geld verlangen würde Bobby Kotick is kinda a piece of s**t So Für die jahrelangen WoW Spieler aus China war das natürlich eine schreckliche Nachricht Spieler gingen teilweise in Tränen auf und schlossen mit einer riesigen Abschlusszeremonie mit dem Spiel ab Wie, imagine, losing your account that you spent ten years on That's horrible Oh, 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 Like, Oh, 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 Oh Also Overwatch, World of Warcraft, die gesamte Scheiße? What the fuck? Außer Diablo. Du meinst Immortal. What? Man durfte sich offline eine Sicherung seines Spielstands laden, in case das Tencent doch einlenkt. Oh mein Gott. In Chinesisch geschrieben. Weil Gamer in Asien auf irgendeine Weise hatst du ihn auch? Holy fuck, Alter. Oh fuck. ... Frust rauslassen wollte. Barbie Kotick, deine Matur ist hart. All das ganze Bücken für China. Alles umsonst. Alles, was man für die chinesische Regierung gemacht hat. Biegen und Ruf ruinieren für das große Geld sorgte trotz allem am Ende dafür, dass Blizzard heute ganz alleine dasteht. Ohne Fans und ohne chinesische Investoren. Die chinesische Firma NetEase ist sogar so sauer auf Blizzard, dass nicht nur das komplette Gebäude aufgegeben wurde, sondern man auch aus Wut einen 30.000 Zuschauer Livestream präsentierte, in dem NetEase-Mitarbeiter die riesige Ork-Statue vor dem Gebäude mit Äxten niederschmech... Oh mein Gott, Bro. What the fuck did Bobby Kot... Kotick? What did he do, Alter? ... Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Das geliebte Blizzard Entertainment war mal mit Abstand der großartigste Spielentwickler aller Zeiten und ist heute nur noch ein sinkendes Schiff. Es geht schon lange nicht mehr darum, gute Spiele zu entwickeln. Und das merken auch die Entwickler selber, die schon seit Jahren Teil der Firma sind und springen Stück für Stück vom Schlachtschiff Blizzard runter. Bad News today. Blizzard is having a big problem as of recently with losing employees. Es gibt in der antiken Philosophie ein berühmtes Paradoxon. Das Schiff von Teso es berührt die Frage, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle seine Einzelteile nacheinander ausgetauscht wurden. Nun, Overwatch-Director Jeff Kaplan verlässt Blizzard. I'm gonna translocate the f*** out of this company. J.L.M. Brick verlässt Blizzard. A.K.A. You're fired! Der Diablo 4-Director verlässt Blizzard. Fast alle großen Namen und Liedentwickler, die schon seit Jahren das Herz der Firma repräsentieren, verließen Blizzard. Oh mein Gott, mit Blizzard ist genau das passiert, was mit DICE auch passiert ist, bevor Battlefield rauskam. Alle sind gegangen. Ship is falling apart! Zwei der College-Typen, die die Firma gegründet haben und jahrelang mit aufbauten, sind nicht mehr Teil der Firma und entschieden sich dazu, ein kleines Studio woanders zu gründen mit einigen bekannten Ex-Blizzard-Mitarbeitern, um Spiele nach ihrem Willen zu entwickeln. Im Oktober 23 hat Microsoft Blizzard nach jahrelangen Verhandlungen für unfassbar viel Geld übernommen. The Microsoft Stimmt, das waren 70 Milliarden, Alter? Blizzard Saga has come to a close. So, this is home now. Family. Bobby Kotick verlässt mit dem Anfang des nächsten Jahres deutlich reicher endlich die Firma, nachdem er jahrzehntelang einer der leidenschaftlichsten Videospielentwickler komplett im Alleingang in den Ruin gestürzt hat. Der Ruf der Firma ist ruiniert. Die Spielerzahlen sind rapide am sinken, während Konkurrentspiele das erste Mal in der Geschichte die großen Blizzard-Titel überholen. Me and the boys in World of Warcraft. Me and the boys in Final Fantasy. Die YouTuber, die Blizzard-Spiele als Content hatten, hörten auf oder suchten sich andere Spiele für ihren Content. Die Overwatch League wurde wegen mangelnder Interesse gecancelt. Digga, die Overwatch League hatte einen Buy-In, der in einem Millionenbereich war. Das war, oder die Overwatch League? Das war ein, das, die haben nach dem Vorbild der, war das nach der, nach dem Vorbild des Franchising-Systems der NFL gearbeitet? Oder der Buy-In? Oh mein Gott, war der toll. Oh mein Gott. Oh Gott, war es NBA? Ich dachte, das war NFL. Aber irgendwie auf einem großen Sport, Alter. Ich habe die Erfahrung mit all of you und thank you so much. Blizzard hat sie einfach alle exekutiert. Kommentarsektionen unter Blizzard-Videos sind unglaublich toxisch geworden. Can't wait for the new microtransaction announcement. Thanks, Blizzard. Blizzard versucht jetzt noch mit steigender Monetarisierung die Spieler so gut zu melken, wie es nur geht, um noch den maximalen Profit rauszuschlagen. Blizzard doing something greedy. Yeah, it's just another Tuesday. Doch das Einzige, was Blizzard jetzt noch gut verkaufen kann, ist Nostalgie an eine schönere Zeit. Und ehrlich gesagt, ist das ein Muster, welches sich heutzutage durch die verschiedensten Spiele und Videospieleentwickler zieht. Genau, die Leute machen nichts Neues. Sie machen eher Andeutung auf etwas Altes, um etwas Neues, Schlechteres zu verkaufen. Absolut true. Absolut true. Und was durch den Microsoft-Deal die nächsten Jahre mit der Firma passieren wird, steht wohl in den Sternen. Doch eine Sache ist klar, Activision Blizzard, wie wir es jahrelang geliebt zu lernen haben, wird es in dieser Form niemals wieder geben. Let Blizzard go. That's my main message, is let Blizzard go. We just wanted to make great games. It was really as simple as that. Our goal to be a company that does the most incredible gaming experiences that develops those and creates those. Everyone here truly loves these products. It's a big deal. And make sure that we stay blessed. As long as we remember where our foundation is and what made us successful, then definitely the future of Blizzard can be very bright. Hoffentlich kann Microsoft Blizzard noch retten, ansonsten... Ich meine, das Investment von Blizzard, das Investment von Blizzard ist von Microsoft in Blizzard mit 70 Milliarden, ist halt so hoch. Ich denke, dass Microsoft da halt was machen muss, aber... Time will tell, Alter. Ah ja, und Verzeihung, dass das Video so lange gedauert hat. Die nächsten Videos kommen wieder regelmäßiger und ladet euch Waffen da runter. Es ist kostenlos. Jules, Alter, das Video war viel zu lang, aber es war auch extrem gut. Boah, war das krass. Was für ein Monster-Video. Damn, Alter. Also, das war wirklich... Wow. Das wird einfach... Was ist denn das? Eine Drei-Stunden-Reaktion? Seit wann reagieren wir auf dieses Video? Warte mal, ich gucke mal. Es ist eine Zwei-Stunden-Reaktion.